Was sind die häufigsten Nebenwirkungen von Cholicalziferol? Cholicalziferol, auch als Vitamin D3 bezeichnet, ist ein medizinisches Präparat, das häufig verschrieben wird, wenn eine Person einen Mangel an Vitamin D3 im Körper hat. Das Vitamin kann vom Körper durch Kontakt mit Sonnenlicht und durch den Verzehr bestimmter Lebensmittel wie Eier oder Fischöl absorbiert werden, daher kann ein Mangel an Sonnenlicht oder ein Zustand, der die Aufnahme von Nährstoffen aus Lebensmitteln erschwert, zu einem Vitaminmangel führen und eine Ernährung erfordern Ergänzungen. Obwohl das Medikament im Allgemeinen als sichere Option angesehen wird und für Menschen mit Vitamin D3-Mangel wichtig ist, können bestimmte häufige Nebenwirkungen von Cholicalziferol auftreten. Vitamin D3 ist in erster Linie für die Bildung von Knochen und Zähnen verantwortlich, und ein Vitaminmangel kann Erkrankungen wie Rachelitis verursachen, die zur Erweichung der Knochen führen, oder Osteoporose, eine Krankheit, bei der die Knochen weniger in der Lage sind, Kalzium aufzunehmen und bruchgefährdeter sind. Um Komplikationen wie Veränderungen der Knochenstruktur oder Knochenbrüche vorzubeugen, wird Menschen mit diesen Erkrankungen im Allgemeinen Cholicalziferol verschrieben. Ärzte warnen diese Patienten im Allgemeinen davor, dass die Nebenwirkungen von Cholicalziferol sowohl die geistige als auch die körperliche Gesundheit beeinträchtigen können. Die häufigsten psychischen Nebenwirkungen sind erhöhte Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und andere unerwartete Stimmungs- oder Gedächtnisveränderungen. Obwohl sie im Allgemeinen nicht als ernst genug angesehen werden, um eine sofortige ärztliche Betreuung zu erfordern, können nach der Einnahme des Medikaments auch andere übliche physische Cholicalziferol-Nebenwirkungen auftreten, die jedoch nach regelmäßiger Anwendung normalerweise abklingen, wenn sich der Körper an das Medikament gewöhnt. Wenn die Symptome mit der Zeit nicht verschwinden oder sich zu verschlimmern beginnen, kann eine ärztliche Behandlung empfohlen werden. Diese Nebenwirkungen können Übelkeit, Erbrechen oder Appetitveränderungen sein, die möglicherweise zu einer ungesunden Gewichtsabnahme führen können. Andere Nebenwirkungen, die auftreten können, sind unerklärliche Müdigkeit, häufiges Wasserlassen, Kurzatmigkeit und Schmerzen oder ein angespanntes Gefühl in der Brust. Eine Überdosierung von Vitamin D3 ist eine weitere der Nebenwirkungen von Cholicalziferol, die auftreten können, wenn das Medikament nicht ordnungsgemäß gemäß den Dosierungsanweisungen eingenommen wird. Obwohl Vitamin D3 ein essentieller Nährstoff für den Körper ist, kann es, wenn sich zu viel im Blutstrom ansammelt, zu Symptomen wie Schwäche oder Schmerzen in den Muskeln oder Knochen, einem merkwürdigen metallischen Geschmack im Mund, Verstopfung, Erbrechen, führen an normaler Herzschlag oder schneller Gewichtsverlust. Eine Überdosierung von Cholicalziferol kann möglicherweise lebensbedrohlich sein, und bei Symptomen einer Überdosierung wird in der Regel eine medizinische Notfallversorgung empfohlen.